In der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« könnte es in der Sonderfolge eine riesige Überraschung geben. Mitte September verkündete Schauspieler Daniel Noah, 36, dass er aus der Serie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten« verlässt. In einer Nacht- und Nebelaktion packte er seine Koffer und reiste nach Ägypten, um dort den Mord an seinem Freund Mohammed aufzuklären, wohlwissend, dass er damit auch die Beziehung zu Emily – Anne Menden – beendet. Anlässlich seines Ausstiegs erklärte Noah im Interview mit RTL-Pressesprecher Frank Pick, in dem Sinne gab es ja keinen wirklichen Abschied. Es war ein heimliches Verschwinden von Sascha. Emily wird das Verschwinden von ihm, sicher das Herz brechen. Aber sie ist eine starke Frau und schon durch viele turbulente Situationen gegangen. Daher wird sie hoffentlich mit der Zeit lernen, einen Umgang damit zu finden. GZSZ Daniel Noah sprach bereits über ein Wiedersehen mit Sascha. Allerdings ist Emilys Herz gebrochen. Ob sie vor ihrer Reise nach Paris noch genauso auf ein Wiedersehen mit Sascha hofft, wie besonders die GZSZ-Zuschauerinnen auf ein Comeback mit Noah? Dieses schloss der Schauspieler übrigens nie aus. Bereits kurz nach seinem Ausstieg meldete er sich mit folgenden Worten bedeutungsschwanger bei seinen Fans. Vielleicht taucht Sascha ja noch irgendwann, irgendwo auf. GZSZ Das sind die Indizien für Daniel Noahs Comeback. Wir vermuten, dass es wirklich zu einem Mini-Comeback kommen könnte. Denn wie wir inzwischen wissen, wird Emily bei der Modenschau in Paris ein bekanntes Gesicht entdecken. Und nicht nur das. Emily, Laura, Chrysanthi Kavasi, und John, Felix von Yarov, erfahren auch von Saschas Ermittlungsstand in Ägypten. Und wer könnte die drei besser informieren als er selbst? Für die Sascha-These spricht auch, dass Emily in Paris in Lebensgefahr gerät, und im wahrsten Sinne des Wortes ins Fadenkreuz von Kriminellen. Wir sind gespannt, ob es wirklich zu einem Wiedersehen mit Daniel Noah kommt. Wenn, sollte RTL es bald verkünden. Schließlich läuft das GZSZ-Special in Paris im Free-TV bereits am 23. November auf RTL Plus, ist es sogar schon am 14. November verfügbar. Sternchen Den offiziellen Trailer zur Sonderfolge in Spielfilmlänge könnt ihr euch hier ansehen. Wir sehen uns dann in der Stadt der Liebe, liebe GZSZ-Community.